Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind hier beim Erkunden der Schwertküste, haben aber zunächst mal einen Levelaufstieg, den Viconia wird erdulden müssen. Okay. Und da kommen keine Skills dazu. Level 3 Spell, sehr schön. Level 3 Spell, Level 3 Spell, da. Ähm, was macht das nochmal? Any Spell-Casting-Creature that is affected by the Spell has a casting ability severely disabled. Tim Storcast, the Spell has a chance of failure. One Target, okay, ein bisschen wenig. Son of Sweet Air, Strength of One, das ist alles ganz nett. Move Paralysis kann hilfreich sein, wie wir gelernt haben. Beziehungsweise Paralysis ist ziemlich unangenehm. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Wir wollen weiter Schwertküste entlang und ich wollte nach Süden. Nach Süden können wir gar nicht, deswegen müssen wir erstmal... Also wir sind da, wir wollen nach da. Ah, dazu müssen wir aber erst nach hier, so wie es aussieht. Wir schauen mal mal. Oder? Ist hier? Nee. So, das heißt, das wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Fußmarsch. Okay, und wo sind die Enemies? Die Enemies sind weg. Okay. Haben eingesehen, dass das alles keinen Sinn mehr hat? So, hat das jetzt zwei... Willst du mir sagen, Spiel, dass das zwei Tage gedauert hat? Was sind wir denn hier überhaupt? With ease. Also, ich meine, diese Zeiträume, die das Level... Die Level-Transition halt benötigt, sind zwar ein bisschen nervig, was das Rasten angeht, aber... Sword Coast, immer noch. Aber sie haben einen, wie ich finde, immersiven Vorteil. Sie geben ein bisschen das Gefühl, wie groß das Gebiet ist, durch das man hier streift. Dass es halt nicht nur aus den einzelnen Leveln besteht, sondern dass der Raum dazwischen halt schon signifikant groß ist, sodass das auch wirklich sich wie eine Welt anfühlt und nicht wie so ein kleines, weiß ich nicht, so ein kleiner Snowglobe, in dem wir hier rumlaufen. So, Shatiel möchte... Shutsu Kukit Loverboy. Okay. Aber mir nicht. Okay. Liegt hier irgendwas so... Hallo? Da steht jemand. Guten Tag. I've been looking for strong men, like yourselves. Strong men. Ja, ähm, wieder, es ist alles ganz lieb, wie du das sagst, aber ich hab so ein bisschen das Eindruck, dass... Den Eindruck, das ist so deine Masche. Weil, ähm, die Männer, die du hier vor dir hast, sind nicht stark. Da kannst du dir auch deinen Sultry Tone, den kannst du dir auch sparen, weil das ist einfach... Entspricht einfach nicht den objektiven Tatsachen. Ich meine, lieb gemeint, aber man sollte seine, seine, ähm, ne, seine Masche, ähm, dann auch anpassen. Das ist häufig, das werden Frauen wahrscheinlich besser wissen, bei Männern oftmals nicht nötig, da irgendwas anzupassen. Da reichen so die ein, zwei Standardsprüche. Aber, ähm, diese Männer haben auch noch eine hohe Intelligenz. Es ist, bei dem merkt man es nicht, aber es ist trotzdem so. Also, das ist wirklich eine doofe Kombination. Intelligent genug, um zu merken, dass das Kompliment, was sie hier, oder, ne, das vermeintliche Kompliment, was sie einem gibt, offensichtlich Unsinn ist. Ähm. Ah, ja. Egal. Kommunikation. Sag Hannah. Ach, guten Tag. Du hast schon irgendwie geklungen, aber startled war es nicht. Ähm, ähm, but in the South, where I come from, they don't grow their men as big as any of you. Ich sehr. Sie sollte, ne, sollte ihre Masche anfassen, aber gut. Ähm, anyhow. If you want, I have a way to make you all fabulously worthy. In my, ich meine, das ist jetzt ein bisschen shifting, ne, das ist jetzt nicht mehr an die, an die, an die Eitelkeit appellieren, sondern halt an den, an die Gier. Das ist, das, also, das ist universell, das funktioniert immer. Ähm, denke ich. In my possession I have a map, in my possession I have a map that gives the location of an old pirate treasure trove. Die hat, die, okay. According to the writings on the map, it's where the legendary Black Alaric dumped, Alaric, Alaric? Dumped his treasure before being captured by the Amnish fleets. You interested in hearing more? We are always interested in hearing about money. The reason I need so many heroic men. Wir haben hier vier, also die Heroes sind schon mal nicht die Männer in unserer Gruppe und zwar außerdem sind es auch noch gleich viel mehr. Wieso, aber, ja, das ist offensichtlich, ne, das ist offensichtlich. Passt schon. Is that the caverns where I wish to go are guarded by some sort of creature? Which kind I couldn't tell you? Which kind I couldn't tell you? If you help me, I let you share in the treasure. I may be grateful in other ways. Es well, siehst du, da kommen wir jetzt, kommen wir, kommen wir, da, 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 da. Das ist, ich, warte. Ich bin, ich, vielleicht, vielleicht ist Edwin, vielleicht sieht Edwin sie nicht oder er schläft noch oder wundert mich, dass er noch keinen Kommentar abgegeben hat. Ähm, da, da. Wenn man kennt seine Party dann irgendwann ja doch. Und ich meine, Herr Saussum ist ja der einzige Kerl, also was soll er machen? Ähm, dann müssen wir jetzt mal richtig Kerl sein, Edwin. Also, Werner, this woman's offer sounds quite intriguing. Surely you cannot pass the opportunity of rescuing a damsel in distress? Yes, that ought to give them a small push in the right direction. They'll do most of the work and knowing the effect that I have on women. Oh, good. Du hast einen effect on women? Ach, du. Ja. Na gut. I should reap all of the pleasure. Finally, something worthy of my attention. Ich meine, du bist mit den richtigen Zaubern, ich meine, das geht dann so ein bisschen, das geht jetzt ein bisschen in die sehr düstere Richtung, aber mit den richtigen Zaubern würde ich dir das sogar zutrauen. Aber auch nur damit. Und die Pleasure ist dann auch nur deine. Aber das ist jetzt alles, das wird alles Edwin nicht groß interessieren und das ist aber danke, dass er das, können wir darauf irgendwie reagieren? Können wir nicht, schade. Ich würde dann immer gerne noch, ich meine, das ist so ein netter Fluff, was die Partymitglieder da sagen, was ich halt noch ganz gerne hätte. Aber das gab es halt noch nicht, dass ich jetzt sozusagen eine kleine Pause von dieser Unterhaltung mache und mich jetzt für einen Moment mit dem Charakter aus der Party unterhalte, der hier was eingeworfen hat. Jetzt mich quasi umdrehe und dann so, jetzt hör mal zu, Freundchen, oder sonst was. Das geht dann leider nicht. Das muss man sich halt jetzt denken, dass man sowas macht. Aber trotzdem, also diese Einwürfe sind ergänzt nicht. Okay, Monsters, before the night of the day, we have to turn you down. Ja, wir haben Angst vor Monstern, deswegen sind wir abenteurer. Aber das, we agree. Oh, thank you, you won't regret your decision. I know that powerful heroes like you will easily push through the obstacles in your path. Well, we should be off then. From what my map showed, the Pirate Cove is located somewhere along the coast, just south of Candlekeep. Danke, jetzt weiß ich, wo es ist, dann hol ich es mir selber. Werden wir, be careful around our new companion. Glaubst du, dass sie... Aber ich meine, lass doch Edwin... I know her type. Ach, gucke. Do not trust her easily, or one day you will find her gone missing. Together with our funds. Our funds, das wäre die... Your funds, also my funds, das wäre egal. I would normally trust you to make your own judgment, but you are a man. But from the way she was looking at you, I thought a warning would be appropriate. Ach so, und wenn sie mir irgendwie... Wenn sie mich nett anguckt, dann höre ich auf, als Mann rational richtige Entscheidungen treffen zu können. Mag im Einzelfall stimmen? Aber es ist ja auch nur eine liebgemeinte Warnung. Ihr könntet das auch irgendwie ausfechten, dann vielleicht. So, ähm... Irgendwo, so einer kleinen... Arena im Schlamm. Oder so, ist nur jetzt so eine... Könnten, müssen wir nicht machen. Ähm... What's your problem? Ach, okay, jetzt geht's... Ja, ja. Darling. Ja, du bist ein hundertprozentiges Party-Mitglied. Ich würde sagen, das war schön mit dir. Tschüss. I must rest. Can I not stay with you even a little longer? Our time together has been quite enjoyable. Also, sie ist schon ein bisschen dick aufgetragen. I will perhaps wish I meet again. In der Tat. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben... Sie hat uns einen Auftrag gegeben. Den können wir, glaube ich, auch ohne sie erfüllen. Dann einfach nachher mit ihr reden. Und wenn wir das gemacht haben, will sie, glaube ich... Können wir sie dauerhaft, glaube ich, in der Party behalten. Das ist so eine typische Companion-Quest. Ansonsten haut sie ab meiner Weile. Ähm... Da ich sie aber nicht in der Party haben will, ist das sowieso egal. Ich will aber die Quest machen. Weil ich die Items haben will. Okay, äh... So, wir werden alle müde. Das ist, äh... Realistisch. Ich war da auch müde. Wo sind wir denn hier? Hast du gesagt, im... Irgendwie südlich von Candlekeep. Das würde... Bedeuten im Norden von hier. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Natur-Servant-Awarets. Okay. Haben wir ja... Oh, du hast ja ein Level bekommen. Sehr schön. Ja, ja. Sei mal ruhig. Unterhalte dich. Hm? Und dann wollen wir mal gucken, wie wir ihn hier haben. Mehr Leute. Akkuschul. Akkuschuli. Wie auch immer. Guten Tag. Kollegin, wie es aussieht. Pleasure to meet you. Who might you be then? Ah, great adventurers, no doubt. I could tell by your hands. Bitte? Äh, sieht man das? Stained with magic and the effort of having a hefting weapon. Such markings may be invisible to the average eye, but I can see them plain as day. I can see a lot plain as day. Care for a consultation? Perhaps a little old-fashioned palm reading? A little gypsy magic to steer your course straight and true? Oh, trauma. If I became desperate enough in this unenlightened land to reduce myself to discussing magic with Hedge witches, I would have noted that casting spells is not making a stew. Magic components don't stain the hand which touched them. Sie meinte nicht stained im... Sie meinte einfach nur... Ich meine, du musst die Dinger aber trotzdem anfassen. Also, ne? Also, zum Beispiel... Throws a meaningful look, Werdners way. Okay. Unless, of course, it is an unexperienced hand. Ach so. Du bist so experienced, dass die Items, die du mit deiner Hand benutzen musst, deine Handfläche gar nicht berühren. Die schweben da so drüber. Du hast Schwerkraft komplett unter deiner Kontrolle. Werdner. Why must we stop and talk to each piece of film we meet in the street? We meet in the street. In diesem Fall im Wald, aber nah genug dran. Wikonia, kannst den Unterschied nicht wissen. Und, ähm... Ich meine, du wirst ein bisschen, da ist schon die... Ich glaube, die ganze Sache mit Schatil belastet sie ein bisschen. Weil jetzt ist schon die zweite Dame, die wir hier innerhalb von 10 Minuten ansprechen, da wird sie jetzt ein bisschen unangenehm. Ähm... Und wohlgemerkt, das sagen wir jetzt nicht zu Wikonia. Ähm, ne? Das sagen wir jetzt hier zu der. Ähm... I see no harm in a little divination on your part. Here is my palm. What does it tell you? Ähm... Interesting. Though you live the hard life now, your hand tells of a softer existence not long ago. Was soll das denn heißen? I assume that you have just recently taken to the road? That much is true. I do not wish to know your opinion of my manicure. That much is true. Yes, do go on. I thought as much. Let's have a little closer look now. Back down your lifeline. I see a scholarly influence and you are well educated. Trägst eine Magierrobe, die litten meisten. Aber... You had a mentor that was a great sage? Perhaps of considerable power as well? My foster father Gorion was a sage and a bit of a mage as well. Go on. Keine Namen werden einmal bitte. You had a reasonably happy childhood with him. With him, yeah. Aside from being a little difficult. I'm difficult. My, my. But you were quite a little hellion. Hellion. Seltsam, dass du das so beschreibst. Wonder where that comes from. Yeah, das wundern wir uns alle. Let's see what we can learn about your back. Was? Let's, let's see what we can learn about you back before the sky. Ich dachte, was solltest du an meinem Rücken wissen? Further back I see, I see, I see. Madre de Merce. I see a long and heavy life for you and yours. Ach so, okay. I see, okay. Und dann sieht sie ominous foreshadowing, irgendwas. Dann wird sie quasi roboterartig. I see a long and happy life for you and yours. Ten gold, please. Hmm, okay. What? What is it that you saw? I saw nothing. You will live long and enjoy life and I will be going. You're back for me. You must tell me. Please, dear lady. I have told all I'm going to. Stay back from me. Your life is none of my affair. Please, I don't mean to be rude. Just tell me what your vision revealed. Stay away from me. I warn you. I'll not let you near me. What in the hell is her problem? I can't believe she'd get so worked up about not telling you about your past and all. But she'd go and attack us instead of just running away. Okay. Sie attackt us gerade. Immerhin. Woher weißt du das schon? Siehst du da den roten Zirkel, bevor ich ihn sehe? Okay. Ah, okay. Der Kampfschrei hat die ganze Sache dann doch ein bisschen eindeutig gemacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Da können wir jetzt einfach das machen. Damit sie nicht zum Zaubern kommt, diese Runde. Okay. Dann gehen wir weg. Jetzt hat sie doch gezaubert. Was hat sie denn gezaubert? Near Death. Okay, das... Über das Recht. Ghost Armor. Okay. Cast Ghost Armor. Mhm. Okay. Genauso wie es sein sollte. Ich sehe das, was mir auch die Liste hier angezeigt hätte. Nichts Besonderes. Okay. Na gut. Das sollten wir jetzt aber geregelt kriegen. Nö. Okay. Hm. Das war ja schreckend einfach. Aber 600 Erfangspunkte. 600 Erfangspunkte. Und wir bekommen ein bisschen Loot. Ist das eigentlich ein Journal-Eintrag wert? Nope. Ja, also die war ein bisschen... Naja. Ist auch nicht die allerschönste Art. Hast du Burning Hand schon? Weiß ich gar nicht. Da haben wir den jetzt Spellbook. Okay. So, dann haben wir hier eine Mage Rope of Cold Resistance. Davon haben wir schon eine. Richtig? Ne, haben wir nicht. Dann haben wir zwei jetzt. Du bist mal unser Kleidungssammler hier. Ähm... Ja. Was sie wohl gesehen haben, Marc. Wir werden das nicht erfahren. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle ziemlich müde. Ne? Wir sollten mal schlafen gehen. Okay. Healing Spells cast. Wir sind alle soweit ausgeruht. Dann wollen wir mal weiter gucken. Wollen wir da noch nicht? Wollen wir hier unten noch nicht? Ja. Machen wir erst mal das. Und wie immer der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, klickt doch bitte auf den Like-Button. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch, sofern noch nicht erledigt, ein Abo dalassen. Wir... Hier ist nichts mehr. Wieso geht Edwin schon wieder genau? So. Stellt euch mal richtig hin, meine Leute. Wenn wir Edwin nicht immer vorne haben, das ist ja kürzlich nicht. Die nächste Frau. Oh Gott, wie cool. Ja, ist echt nicht schwer. Okay. Please help me. I don't know where else to turn. My little boy was playing in that abandoned lighthouse to the northwest when a pack of walks surrounded it. Okay. Möchtest du seine Leiche geborgen haben? Hahaha. Warte Spaß. Warte Spaß. Please, just turn them back and I can coax him down. Well, there's not much time. Oh, contraire, there's plenty of time, I would say. About 15 years, until the boy matures without interference from his empty-headed squawking mother. Ja, nur die 15 Jahre wird er doch nicht haben, wenn er von walks gefressen wird, Edwin. Ähm, if I were him, I would... Ach so, du glaubst, dass die... Okay. If I were him, I would have chosen walks company over yours as well. Okay. Poor lad. I think we should go help him. It reminds me of when we were kids in Candlekeep and you'd run away, scared of the dogs, when they bark. Danke, zu viel Information. Das ist nicht unbedingt nötig, dass unsere Freunde das so genau wissen. Wartner, if we do errands for every old lady... Ne, ich sage das, ne? Old lady, das ist Wartner. Das ist... For every old lady along the way, then even I shall die of old age, having accomplished naught but task better suited to slaves. Have you no heart, dark witch? Tis my child trapped there. Oh, I have a heart, but it beats only for me and not for those too feeble to take care of themselves. Komm, Wartner, I no longer wish to speak to this wretch. Ja, musst du doch... Oh, please help me. Ja, ja, mach. Okay. Ähm, machen wir das? Wie ist denn unsere Lage? Brauchen wir noch ein bisschen? Können wir... Ich glaube, ein Punkt können wir noch haben? Bevor Schatil, ähm, komisch wird? Was ist... Sprinkt das bei 10 um oder bei 11? Weiß ich nicht mehr. Na gut, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir dann wieder ein bisschen, ähm, Luft, wenn wir unsere Reputation mal durch irgendwelche Übersprunghandlungen reduzieren wollen. Um... Night, Singer. Give me power. Yes. Nur die drei? Nur die drei? Handhabbar. Nur die drei? Looks abandoned. European side, it's the only rotting beams and debris. Ich weiß nicht, finden wir den Boy überhaupt? Ich glaube, wir müssen einfach nur die Walks umbringen und dann macht die Mutter alles weitere. Ich glaube, das ist so eine offensichtliche gute Tat, das wird uns Reputation geben. Vielen Dank. Du hast wahrscheinlich ihn so viel wie die Walks. Ich kürze ihn, wenn du ihn verlassen hast. Ah, okay. Oder du verkaufst ihre Kadaver? Ich meine, gibt's das Kind überhaupt? Ist er? Hier, this money is all my husband brought back from market this past week, but take it. We will starve, but it's okay. My son's life is worthless and so much more. Okay. Ach, more? Okay. Gibt's eine monatliche Zahlung jetzt? Hm? Nicht? Okay. Oh, sorry for scaring your son in all, ma'am. Hope he's all right. You tell him that some adventurers do good things like helping other folk in need. Hm, at least the grivel had money. Though this was surely not enough to compensate for the waste of time. Viconia, das hat buchstäblich zwei Minuten gedauert. Take this and take it. Oh, perhaps this group needs not quite as much help as I thought. Yes? Okay. So, na gut, dann gucken wir mal... Oh, gucken wir mal weiter. Wo kommen wir nicht durch? Wo kommen wir denn... Hier, kommen wir hier lang? Oh, hier kommen wir rauf. Hallo? Oh, okay. Hier geht's einfach nur hinter das Lighthouse. Und das wollen wir ja schon von allen Seiten sehen, damit es auf der Karte ist. auch hübsch aussieht. Okay. Oh, hier ist noch ein bisschen strammt. Oh, guck mal hier. Ah, okay. What is it now? Oh, how am I Deathching? To have the money gone another day? Бантиll, verdure ver." What is now? Those guy cute. INCCTUS Oh, Lion. Ich versuche die mal umzubringen. Okay. Von den eigenen Leuten, von der eigenen Gruppe gekillt. So gehört sich das. Ich gehe noch mal kurz das ab, was wir gerade abgegangen sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ich habe die Karte wieder vervollständigt. Und dann wollen wir jetzt hier mal hin. Wollen wir eine Vorbereitung treffen? Ja, wollen wir. Hm? Not a problem. Again you disturb me. Die ist durch das Seher noch nicht unsichtbar. Die müssten wir also noch treffen können. Night Singer, gib mir Power. If it bleeds, I can kill it. For the Fallen! Allsah? Okay. Ich bin bereit. Mund halten, mach mal ein Rap. Du müsstest sie jetzt anvisieren können. Es ist so schön, dass man als Thor-Servor so viel Zauber zu viel versuchen hat. Du musst nur Päusen... Heilung... Okay, kriegen wir dich badly injured? Okay, läuft, läuft, läuft. Ähm... Willst du mir eine Geschichte über Trollops und Flug-Tales erzählen? Bitte... Lebst du immer noch? Nein, nicht mehr lange. Okay... Ja, die Damen sind echt nicht einfach. So, jetzt müssen wir uns wieder Viconia kümmern. Was hatte die denn gegen Viconia? Offensichtlich relativ wirkwolles. Okay, Hopplogoblin-Held. Das ist ja gut zu wissen. Da können wir ja mal kurz dahin gucken. Okay... Ah ja, natürlich nicht, weil der Zauber noch aktiv ist. Das sind Hopgoblins. Das ist... Ja... Alles Level 1. Das sollte eigentlich... Ah... Aber es sind ein paar. Deswegen... Okay. Sollten wir vorsichtig sein. So... Eine Menge Leather-Armor, den wir nicht brauchen werden. Aber... Ähm... Viel wichtiger... Bisschen Pfeile. Bisschen Edelstein. Und dann... Ja, also Pfeile muss er in diesem Spiel sehr selten kaufen. Okay. Das haben unsere freundlichen Damen bei sich. Ah, hier haben sie wahrscheinlich einen Seemann an Land gebracht. Ah, immer eine Perle, immer davon ein, das ist ganz nett. Frost Arrows. Sind halt immer nur zwei, aber das wäre auch sonst ein bisschen hier nichts rum. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Halt, 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 hallo, guten Tag. Ähm, Palonia. I know why you're here. It's the same... Schon wieder eine Frau. Viconia, bitch. Okay. Ja, also es ist alles hier. Ähm. Wir machen das nicht absichtlich, Viconia. Wir sind nicht, ne? Außerdem hat die Jahira angesprochen. Wir waren da völlig unschuldig. I know why you're here. It's the same reason everyone else comes to see me, and you shall get the same answer. I do not know when the iron shortage were led up. I have no clue as to who controls the bandits in the area, and I have no interest in accompanying you to the gambling tables at Palo's Gate. Okay. Pardon me, but if you do not trouble yourself with the events of the day, what purpose do your stargazing serves? Stargazing? What good are your musings if they do not have a practical use? Perhaps your predictions are not as accurate as you would have people believed. Wovon redest du denn, Wertner? Oder beziehungsweise Jahira? Ähm. Ich glaube, Jahira würde das zweite sagen. What good are your musings if they do not have practical use? Perhaps your predictions are not as accurate as you would have people believed. Perhaps they are not accurate? Specific they may not be, but do not presume to question my accuracy. I recognize rotations and alignments more accurately than most people recognize their children. Ah, du bist Astrologer. Hätten wir das irgendwie sehen können? Kann es sein, dass hier ein Satz fehlt? Oder sind wir irgendwie auf dich hingewiesen worden und ich hab's nur vergessen? Oder sind wir... Wir sind wahrscheinlich vor der falschen Richtung gekommen. Wahrscheinlich steht hier jemand, der uns sagt, was... Hm, ne, keine Ahnung. Weil ich meine, woher sollte ich wissen, dass die Person stargazing... Ich meine, aus der Dialogoption der einen, aber dass damit also buchstäbliches stargazing gemeint ist. Ja, vielleicht... Na, ich muss es wahrscheinlich hier rausschließen. Everyone comes to see me und sie fragen mich Sachen und das sind die Sachen, die sie fragen. Also das, was man quasi eine Weissagerin fragen würde. Wann ist die Einschautisch vorbei? Was ist mit den Bandits? Und komm doch... Ja, und hier mit dem Gambling und wenn du hell sehen kannst, komm doch bitte mit und dann können wir ins Casino gehen und dann werde ich reich. Ja, ja, okay. Okay, ja, muss man schon, aber da muss man auch schon sehr intelligent lesen, damit man das da rauszieht. Und wie wir gesehen haben, ist das etwas, was ich nicht so gut kann. In diesem Fall. Okay. You are indeed short-minded fool if you discount me just because I don't concern myself with parlatrix. The nerve. Leave me and don't darken my path again. Yeah, you go walk away, you charlatan. What? I can say things like that. Link it to some mumbo-jumbo about style alignments and other stuff too, you know, and make it sound just vague enough to cover almost any circumstance. Hast du irgendeine... Haben wir irgendeine... Irgendeinen Grund dafür zu vermuten, dass sie das tut oder ist das so eine allgemeine Abneigung gegen Astrologie? Was ich vom Prinzip nachvollziehen kann, aber ich meine, wir leben ja ja nicht in der heutigen Zeit, sondern eher so, ne? Im Mittelalter. Und so. Wait a second here. The oldest trick of the incompetent is to cover their impotency up with a show of righteous outrage. Das ist ein guter Satz, Edwin. Also der... den kann man ja... Also der passt ja so gut in die heutige Zeit wie kaum etwas. The oldest trick of the incompetent is to cover their impotency up with a show of righteous outrage. Schön, Edwin. Also manchmal kommst... Also manchmal sind deine One-Liner wirklich meme-talk... Zitatwürdig, sagen wir es so. Meme ist ein... Du bist Zitat. Also, sagen wir es Zitatwürdig. More common amongst Pilotans, though, than among the students of Arcane. Okay. Be gone. Ja. Okay. Tschüss, denke ich. Sword Coast. Ah, ein seltsamer Encounter. Okay, wir können alle noch ein bisschen Heilung vertragen. Und deswegen sind zwei Heiler in einer Party absolutes Minimum, wie wir sehen. Yes. Ähm, gut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Haben wir noch Hälfte der Karte zu erkunden. Wir suchen auch noch dieses komische Ding für Bums, äh, für Savana. Savana. Ähm, was wir in jedem Fall machen wollen, äh, nicht weil das, ähm, ein, ist das Konstitution? Ich glaube, es ist, ich bin ja ziemlich sicher, da, da kriegen wir das, 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 ähm, äh, ein Stat-Boosting-Book her. Aber, äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Treasure-Hunt und die wollen wir natürlich machen. Ähm, und dann, ähm, gucken wir mal, wo uns das hinführt. Es müsste ja, sie hat gesagt, südlich, an der Schwertküste, südlich von Candlekeep. Wir sind südlich von Candlekeep, also, es muss hier, ich glaube, es ist hier am Norden. Ich glaube, es ist, also, es ist hier an der nördlichen Grenze. Bin ich mir ziemlich sicher, daran erinnere ich mich noch. Okay, ja, beim nächsten Mal machen wir dann das, ähm, und, ja, was wir hier sonst noch an der Schwertküste finden. Okay, ja, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020